Hallo zusammen, wir haben gerade folgendes Dreieck konstruiert mit den Angaben, die wir gegeben hatten, Seite B, Winkel Alpha und Winkel Gamma und wollen nun in dieses Dreieck den Höhenschnittpunkt einzeichnen und auch die Höhen HA, HAB und HC für die Berechnung des Flächeninhalts abmessen. Beginnen wir mit der Höhe HC, noch einmal, wir wissen es ist ein stumpfwinkeliges Dreieck, wir wissen aus den Grundkonstruktionen, der Höhenschnittpunkt wird außerhalb des Dreiecks liegen, über dem stumpfen Winkel, das heißt wir erwarten den Höhenschnittpunkt hier. Das heißt, wenn wir die Höhenlinie HC einzeichnen, das ist die erste, wir müssen die Höhe normal auf die Seite legen und durch den gegenüberliegenden Eckpunkt laufen lassen. Und nachdem wir ja wissen, dass der Höhenschnittpunkt außerhalb liegt, können wir selbstverständlich die Höhenlinie HC gleich nach oben verlängern. Wir wissen aber, wir sollen nicht gleich anschließen, sondern sollen uns einen Abstand hier lassen. Hier ist die Verlängerung der Höhenlinie HC, wir messen HC auch gleich ab und erhalten in der Messung 58 mm als Länge HC. Schreiben wir uns gleich auch hier bitte auf 58 mm ist die Höhe HC lang, sie geht von hier bis hier her und sie hat hier einen rechten Winkel, ich beschrifte sie nicht, ich zeichne auch den rechten Winkel nicht ein, weil ich sonst die Zeichnung überladen würde. Wenn wir die Höhe HB einzeichnen, dann weißt du schon, die Höhe HB liegt außerhalb von deinem Dreieck. Das heißt, du musst die Seite B verlängern. Wir beginnen bei der Verlängerung aber auch nicht hier, sondern lassen uns einen Abstand, das habe ich euch bei den Grundkonstruktionen schon erklärt und erläutert. Wir legen normal auf die Seite B, entweder mit der Nulllinie, das können wir machen, mit der Linie beim Einser, beim Zweier, das ist vollkommen egal, geht sich beim Nuller auch aus. Also legen wir es ruhig hier die Seite B auf die Normallinie beim Nuller und schauen, dass das Geodreieck den Eckpunkt B auch schön erwischt. Somit hätten wir hier die Höhe HB. Sie geht von hier bis hier her und nicht weiter. Und nur die Verlängerung von der Höhe HA zeigt uns dann, wo der Schnittpunkt H liegen wird. Wir schließen aber hier nicht an und wir messen die Höhe HB. Die Höhe HB hat hier eine Länge von 87 Millimeter. Schreiben wir uns auch gleich auf 87 Millimeter. Höhe HB geht exakt von hier bis hier her und nicht bis zum Höhenschnittpunkt. Okay? Letzte Höhe. Höhe HA. Ich verlängere gleich die Seite A nach oben. Ich weiß ja, dass die Höhenlinie HA auch außerhalb von meinem Dreieck liegen wird. Wir legen wieder normal an. Das geht sich wieder schön aus mit der Linie beim Nuller. Und wir schieben so lange durch, bis wir den Eckpunkt A auch erwischen. Und als Kontrolle, die Höhenlinien treffen sich natürlich alle hier im Höhenschnittpunkt H. Das heißt, normal auf die Seite A oder besser gesagt auf die Verlängerungslinie, dann können wir hier einmal die Höhe HA einzeichnen. Die geht bis hier her. Und die Verlängerung trifft sich mit den anderen Verlängerungen hier im Höhenschnittpunkt. Wir messen gleich direkt HA ab. Das sind 102 Millimeter. Und dort, wo sich die drei Verlängerungen von den Höhenlinien treffen, dort ist jetzt unser Höhenschnittpunkt. Höhenschnittpunkt erledigt, Höhen abgemessen für die Berechnung des Flächeninhalts. Alles klar?